Leute, wir spielen heute weiter in der zweiten Episode, glaube ich, ne? Ja, nein, 13, 13. Ja. Boah. Das gibt hier nicht die Schaffung. Ich hasse die Baby. Das ist so cool. Ich werde nicht mehr. Ich sehe eben, dass mein Bock fett wird. Ich hasse die Baby-Story. Die nehmen alles aus, was man droppt. Ja. Das ist eigentlich komisch auch irgendwie. Cool. Das hasse ich auch. So, weil mein Bruder... Wo sind alle Hünde, Leute? Der kleine Zombie hat mein Bruder getötet, auf einmal der nimmt so ein Schwert von denen einfach weg. Und am Ende hat mein Bruder auch Peaceful gemacht und dann... Schwert ist verschwunden. Ich hatte ein Diaschwerfen, wirklich. Ja, ja. Du hast nicht mal ein Diamant gekriegt, Junge. Okay, du hattest Diamanten, aber trotzdem. Ja, aber da hat mein Bruder schon doof gecheatet. Ja, ich hatte sagen, was so ist. Entschuldigung, liebe Freunde. Wir hatten so viele Diamanten und so alles, aber... Entschuldigung. Redstone hatten wir unbedingt nicht. Und für Schwestern. Ja, ja. Nur wegen der Doofheit. Hoi, hoi. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Lecker, lecker, lecker. Lecker. Ah, lecker, lecker. Mmh, lecker. Ja, lecker. Ich bin lecker. Ja, und heiß. Ich war's. Also du heiß. Was hast du mit heiß zu tun? Äh, viels. Aha. Wo mein Gott, Lampster. Das ist schon mal heiß. Warte, ich kann dich nicht attackieren, weil ich jetzt so hart leck. Ehh. In Eisregion leck das immer, ne? Okay. Wo sind die Hände jetzt? Das ist meine einzige Frage. Die Wölfe. Ja. Die nervt ja immer und sagt, ja, das ist doch Wölfe. Wau, 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 wau. Also, sorry, wenn ich gerade die Hunde beleidigt habe, aber wirklich. Äh, das ist mein Papa! es ist uns scheißegal es ist doch scheißegal wie die denn also bitte schwarze schwarze lange lange graffe schwarze graffe sag ich einfach zu den schwarze graffe danke schwarze graffe gerade habe ich hab den nicht mal die augen geguckt und auf einmal der politik richtig verrückt hatte sich alter wieder wenn zu viel in den schlangen will auf einmal durch weg teleportiert das ist so brutal und ich hab den am ende getötet ist nicht portal aber prozahlen also sie dann in meinem mund prozahlen er hat sich für meinen scheiße noch mal nein ich will zum dschungel dschungel ich schwöre ich will die kakao erst mal so ein bisschen ja warum denn was wie viel zeit hast du noch 15 noch 10 minuten bin ich dran zu spielen spaß doch hinter 18 minuten jahre oder stets doch noch nicht doch also wie geil das ist vielleicht machen werden alle zubel habe farid mit habe ich spiele habe ich habe ich habe das gerne auch mal treibt es mit haben und gibt mir kein patscher sonst gebe ich euch ein patscher ich bin die gleiche gegen fresse rein ich hab die gleiche gegen fresse rein guck das war auch eine fresse das war auch ein fresse von mir gleich mache ich das in der bunt rein da musste meine faust richtig die späte meinen arsch riechen hey habt ihr nicht gehört dass der hat gerade gefurt das ist meine schwester der hat der hat koppelzauern der hat der hat koppelzauern der hat was bin ich wirst du auch von unserem vater geld bekommen hey wie viel nach jungen kein plan ich spiele damit kassi nur die spaß die hat einfach mal der hatte einfach mal ein stack koppelzauern wer alle ich koppelzauern wer denn wenn er schon scheiße ich habe koppelzauern meine mutter rief ruf zu meiner schwester das dürfte ich nicht sehen denn der rest der familie kann ich warm anziehen also ich schieß einfach durch das wasser das dürfte aber nicht hören aber da der koppelzauern